Moin Moin. Moin Moin. Ich bin Patrick. Mein Name ist Kai. Und willkommen auf unserem Kanal. Der Oldschool Chefs. Jetzt werden sich bestimmt einige fragen, wieso Oldschool Chefs? Ja, warum Oldschool Chefs? Wir machen nicht nur Videos, sondern wir verdienen unsere Brötchen auch noch in unserem Restaurant Alte Schule. Hier in Sieg. Und wir haben Anfang des Jahres mitgemacht bei Mein Lokal, Dein Lokal. Und da sind wir so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und jetzt wollen wir euch zeigen, wie einfach und sexy kochen ist. Und das könnt ihr bei uns auf dem Kanal. Also schaltet einfach mal rein, lasst uns einen Daumen oben da, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wer sie nicht währt, der endet am Herd.